Willkommen zum Rechenkurs. Mein Name ist Dr. Laut. Heute geht es ein weiteres Mal um lineare Gleichungssysteme. Wir haben gesehen, dass wir einfache Gleichungen mit mehreren Unbekannten mit dem Einsetzungs- oder Gleichsetzungsverfahren lösen können. Wir haben gesehen, dass kompliziertere lineare Gleichungssysteme erfolgreich mit dem Gausschen-Verfahren angegangen werden können. Heute werden wir ein weiteres Verfahren zum Lösen lineare Gleichungssysteme kennenlernen, das Kramasche-Verfahren. Weiterhin werden wir Matrizen und Determinanten etwas näher beleuchten. Wenn wir mehrere Gleichungen mit mehreren Unbekannten haben, ist es sinnvoll, diese zu ordnen, und zwar in dieser Art und Weise, dass wir die Unbekannten auf die linke Seite stellen. Wir können dieses Gleichungssystem jetzt auch in Matrizen-Schreibweise formulieren. Wir haben eine Koeffizienten-Matrix, hier grün gezeichnet. Wir haben unseren unbekannten Vektor, x1, x2 und so weiter, und wir haben auf der rechten Seite, in rot gezeichnet, den Ergebnisvektor. Für ein einfaches Beispiel mit zwei Unbekannten würde das wie folgt aussehen. Wir formulieren die beiden Gleichungen. Wir transformieren in eine Matrizen-Schreibweise. 1,1 minus 1,2 ist die Koeffizienten-Matrix. 5,4 ist die Ergebnismatrix. Das Ganze funktioniert prinzipiell für beliebig viele Unbekannte. Wenn wir vier Unbekannte haben, brauchen wir vier unabhängige Gleichungen. Entsprechend erhalten wir eine 4x4-Koeffizienten-Matrix und einen vier Zeilen-Ergebnisvektor. Wenn Sie sich an das lineare Gleichungssystem zur Stichometrie erinnern, so hatten wir diese vier Gleichungen. Die könnten wir jetzt zu dieser Koeffizienten-Matrix und dem einfachen Ergebnisvektor 1,0,0,0 zusammenfassen. Mit der Grammarschen Regel kann man nun aus dieser Form des linearen Gleichungssystems in einfacher Weise die Lösungen ermitteln. Bevor wir jedoch zur Grammarschen Regel kommen, noch ein Wort zu Matrizen und Determinanten. Eine N mal N-Matrix kann als Abbildungsmatrix gesehen werden. Ähnlich wie eine Funktion aus einem Element einer Definitionsmenge, ein Element einer Wertemenge macht, ordnet eine Abbildungsmatrix einem Vektor x1, x2 ein Vektor b1, b2 zu. Wenn wir aus den Ortsvektoren, die zu diesem Dreieck gehören, die Abbildungsmatrix 0,50, 0,0,5 anwenden, erhalten wir drei andere Vektoren, die ebenfalls ein Dreieck aufspannen. Wir haben eine Streckung um den Faktor 0,5 durchgeführt und die Abbildungsmatrix ist charakteristisch für diese Abbildung. Wenn wir auf die Ortsvektoren dieses Quadrates, die hier grün gezeichnete Abbildungsmatrix, anwenden, entsteht daraus diese Figur. Tatsächlich ist diese Art Abbildungsmatrix charakteristisch für eine Drehung. Wir können im Prinzip beliebige Abbildungen durch Matrizen darstellen, zum Beispiel hier eine Scherung. Das Ganze funktioniert auch im 3- und n-dimensionalen Raum mit entsprechend 3x3 oder nxn-Matrizen. Wir wollen gar nicht weiter in die Matrizenrechnung einsteigen. Was ich Ihnen hiermit zeigen will, ist die geometrische Bedeutung der sogenannten Determinante. Jede nxn-Matrix hat eine Determinante, eine Zahl, eine Kenngröße, die ihr zugeordnet ist. Man kürzt das ab, entweder mit DET vor der Matrix oder mit Betragsstrichen. Die Determinante ist eine reine Zahl, kann aber sowohl positiv als auch negativ sein. Die Determinanten sind nur von quadratischen Matrizen definiert, hier zum Beispiel die Determinante einer 3x3-Matrix. Die Determinante einer Matrix lässt sich sehr schön anhand der Abbildungsmatrix visualisieren. Denn tatsächlich stellt die Determinante den Faktor dar, um den die abgebildete Figur größer oder kleiner ist als die ursprüngliche Figur. In diesem Beispiel sind die abgebildete und die ursprüngliche Figur gleich groß, das heißt die Determinante dieser Matrix ist gleich 1. In diesem Fall ist die Abbildung um den Faktor 4 kleiner als die ursprüngliche Figur, das bedeutet, die Determinante der Transformationsmatrix ist 0,25. Als Maßzahl für die Größe einer Figur ist das n-dimensionale Volumen, das heißt im zweidimensionalen nehmen wir die Fläche. Es gibt auch eine Rechenvorschrift zur Ermittlung der Determinante für eine 2x2-Matrix, sieht die wie folgt aus. Die Koeffizienten, die auf der Diagonale von links oben nach rechts unten stehen, werden positiv genommen und multipliziert. Die Koeffizienten, die auf der Diagonale von links unten nach rechts oben stehen, werden multipliziert und von dem ersten Produkt abgezogen. Wenn wir beispielsweise die Determinante der hier grün gezeichneten Koeffizientenmatrix berechnen wollten, müssten wir 1 mal 2 minus minus 1 mal plus 1 rechnen, das heißt wir hätten hier die Determinante 3. Diese Matrix entspricht also einer Abbildungsmatrix, die die Fläche um den Faktor 3 vergrößert. Die Rechenregeln zur Ermittlung der Determinante größerer Matrizen werden sehr schnell komplizierter, hier zum Beispiel die Determinante einer 3x3-Matrix mit Hilfspfeilen zur Ermittlung der Summanden. Wir brauchen uns diese Rechenregeln aber gar nicht zu merken, denn es gibt eine Möglichkeit, die Determinante einer großen Matrix auf die Determinanten von kleineren Matrizen zurückzuführen. Das funktioniert mit dem Entwicklungssatz von Laplace. Wir können wieder Determinante einer 3x3-Matrix auf drei Determinanten von 2x2-Matrizen zurückführen, sogenannte Unterdeterminanten D11, D12 und D13. Die genaue Rechenvorschrift von Laplace ist hier gegeben. Tatsächlich müssen wir die Unterdeterminanten mit den entsprechenden Zeilen oder Spaltenkoeffizienten multiplizieren und dann noch das Vorzeichen nach einer bestimmten Rechenregel ermitteln. Wir wollen die Unterdeterminanten dieser 3x3-Determinante nach der ersten Zeile entwickeln, also nach der Zeile A11, A12, A13. Wir erhalten entsprechend drei Unterdeterminanten. Wenn wir die Unterdeterminante zum Element A11 erhalten wollen, streichen wir die Zeile und die Spalte dieses Elementes und was übrig bleibt, ist die Unterdeterminante D11. Entsprechendes gilt für die Unterdeterminante D12. Hier streichen wir die erste Zeile und die zweite Spalte. Was übrig bleibt, ist unsere Unterdeterminante. Schließlich können wir auch noch die erste Zeile und die dritte Spalte streichen und erhalten die Unterdeterminante D13. Besonders sinnvoll ist, das Laplace-Verfahren dann anzuwenden, wenn wir sehr viele Nullen in einer Zeile oder Spalte zu stehen haben, denn damit werden die entsprechenden Unterdeterminanten wegfallen. Wir wollen diese 4x4-Determinante nach der ersten Zeile entwickeln. Das heißt, wir erhalten dann vier 3x3-Determinanten. Die rot gezeichneten Koeffizienten, nach denen wir entwickeln, stehen als Faktoren vor den Unterdeterminanten. Die erste Unterdeterminante erhalten wir, indem wir die oberste Zeile und die linke Spalte streichen. Die zweite, dritte und vierte Unterdeterminante entsprechend, wenn wir nacheinander die weiteren Spalten streichen. Wir haben hier dreimal den Faktor 0. Das heißt, wir müssen nur noch die linke Unterdeterminante jetzt berücksichtigen. Diese entwickeln wir nach der zweiten Spalte und erhalten drei 2x2-Determinanten. Die Koeffizienten stehen als Faktoren vor den Unterdeterminanten. Wir streichen die zweite Zeile und nacheinander die erste, zweite, dritte Spalte. Auch hier fallen zwei Unterdeterminanten weg. Letztendlich müssen wir nur noch eine Unterdeterminante der Größe 2x2 berechnen. Dazu wenden wir die einfache Diagonalenvorschrift an. 0 mal minus 1 minus 2 mal minus 1 mit dem Faktor 2 davor ergibt sich 4 als Determinante dieser und der Ausgangsmatrix. Besonders sympathisch sind uns also die Determinanten mit vielen Nullen als Elementen, denn diese können wir leicht berechnen. In der Tat gibt es auch Möglichkeiten, Determinanten umzuformen, üblicherweise um diese Nullen zu erzeugen. Wir dürfen zum Beispiel Zeilen einer Determinante vertauschen. Dabei ändert sich der Betrag der Determinante nicht, denn dieses Vorzeichen kehrt sich um. Wir dürfen bei Determinanten auch Zeilen und Vielfache von Zeilen voneinander abziehen, ohne dass sich der Wert der Determinante ändert. Schließlich dürfen wir auch Faktoren in Zeilen von Determinanten ausklammern, das heißt, wir dürfen diese als Faktor vor die Determinante stellen. Auf diese Art und Weise kann es gelingen, immer mehr Nullen in einer Determinante unterzubringen. Im Extremfall erhalten wir eine superdiagonale Form der Determinante. Das bedeutet, eine Determinante, in deren unterer linker Hälfte nur noch Nullen stehen. Solche Determinanten lassen sich sehr einfach berechnen. Wir müssen einfach nur die Elemente der Hauptdiagonale multiplizieren. Wir wollen die Determinante dieser 4x4-Matrix berechnen. Wir wollen nicht aufwendig, wie vorhin nach Laplace entwickeln, sondern wir wollen versuchen, die superdiagonalen Formen zu erhalten. Wir wollen gezielt Nullen in der unteren linken Hälfte der Matrix erzeugen. Dazu ziehen wir zunächst die erste Zeile einmal von der zweiten Zeile ab und dann die erste Zeile dreimal von der dritten Zeile ab. Jetzt ziehen wir die zweite Zeile dreimal von der dritten Zeile ab und die vierte Zeile dreimal von der dritten Zeile. Jetzt vertauschen wir die dritte und vierte Zeile, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass jetzt ein negatives Vorzeichen mit ins Spiel kommt. Das habe ich oben links eingetragen. Jetzt haben wir die superdiagonalen Formen. Wir brauchen einfach nur, die Hauptdiagonale zu multiplizieren. Minus 1 mal Minus 1 mal Minus 1 mal Minus 5 gibt Plus 5. Plus 5 ist die Determinante dieser Matrix. Jetzt, wo Sie wissen, wie man ein Determinante berechnet, kommen wir zur Gramer'schen Regel zur Lösung eines linearen Gleichungssystems. Wir haben unser lineares Gleichungssystem in die Matrizenform umgeformt. Die Gramer'sche Regel sagt jetzt, dass die Lösung x i, also x1, x2, x3 usw. dieses Gleichungssystem sich erhalten lässt, wenn man einen Bruch formuliert. Im Nenner des Bruches steht die Determinante der Koeffizientenmatrix und im Zähler des Bruches steht eine Hilfsdeterminante, bei der jeweils eine Spalte der Koeffizientenmatrix durch den Ergebnisvektor substituiert wurde. Für ein Linear aus Gleichungssystemen mit drei Unbekannten sieht das wie folgt aus. Wenn wir x1 erhalten wollen, dann dividieren wir durch die Koeffizientendeterminante. Im Zähler steht die Koeffizientendeterminante, bei der die erste Spalte durch den Ergebnisvektor substituiert wurde. Für x2 sieht der Nenner genauso aus, aber beim Zähler wurde jetzt die zweite Spalte durch den Ergebnisvektor substituiert. Und für x3 sieht die Formel entsprechend aus. Wir wollen unser einfaches Gleichungssystem mit den zwei Unbekannten mit der Grammarschen Regel lösen. Hier sind die ursprünglichen Gleichungen, hier ist die Matrizenschreibweise. Nach Grama erhalten wir die Unbekannten x1 und x2, indem wir jeweils Quotienten formulieren, in deren Nenner mit der Determinante der Koeffizientenmatrix steht und in deren Zähler die entsprechende Hilfsdeterminante zu finden ist. 1,1, minus 1, 2 ist die Koeffizientenmatrix. Für x1 wurde die erste Spalte substituiert, für x2 wurde die zweite Spalte substituiert. Wir müssen also diese drei Determinanten ermitteln. Weil es sich um 2 mal 2 Determinanten handelt, können wir die einfache diagonalen Rechenregel anwenden. 1,2, minus minus 1, mal 1, ist 3. 5,2, minus 4, mal 1, ist 6. Und 1,4, minus minus 1, mal 5, ist 9. Wir setzen die Determinanten in die Grammarschen Quotienten ein, erhalten x1 gleich 6 Drittel oder 2 und für x2 gleich 9 Drittel oder 3. Während das einfache Einsetzungs- und Gleichsetzungsverfahren ledig für 2 bis 3 Unbekannten sinnvoll anzuwenden ist, kann man das Grammarschen-Verfahren für beliebig große lineare Gleichungssysteme anwenden. Sie erinnern sich an unsere Aufgabe aus der Stochimetrie. Hier hatten wir eine 4 mal 4 Koeffizienten-Matrix. Wir wollen dieses Gleichungssystem nach dem Grammarschen-Verfahren lösen. Aus Zeitgründen wollen wir nur die unbekannte x2 ermitteln. Im Nenner des Grammarschen-Koeffizienten steht die Koeffizienten-Matrix. Im Zähler des Grammarschen-Koeffizienten wird jetzt hier die zweite Spalte der Koeffizienten-Matrix durch den Ergebnisvektor substituiert. Diese beiden Determinanten kommen Ihnen vielleicht bekannt vor, denn wir haben sie im Laufe der heutigen Vorlesung schon berechnet. x2 ist 5 durch 4 ist 1,25. Wir fassen zusammen. Insbesondere größere lineare Gleichungssysteme sollte man in die Matrizenform überführen und dann zum Beispiel mit der Grammarschen-Regel oder mit dem Gausschen-Verfahren lösen. Für die Anwendung der Grammarschen-Regel müssen wir die Determinante von Matrizen berechnen. Wir haben die Rechenregel zur Ermittlung der Determinante einer 2x2-Matrix diskutiert und wir haben gesehen, dass wir kompliziertere Determinanten vereinfachen können, vor allem indem wir sie in die superdiagonalen Formen überführen. Als Lösungen eines linearen Gleichungssystems nach Gramma erhalten wir Quotienten. In den Nennern der Quotienten stehen immer die Determinanten der Koeffizienten-Matrix, in den Zählern stehen die Hilfsdeterminanten bei den jeweiligen Spalten der Koeffizienten-Matrix durch den Ergebnisvektor substituiert wurden. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.